Corona-Krise Tag 12. Ein herausforderndes Thema in dieser speziellen Zeit ist auch die häusliche Isolation. Dazu sprechen wir mit der klinischen Psychologin Mag. Karin Patl. Frau Patl, was sind Ihre Tipps zu diesem Thema? Hallo. Ja, also das allererste ist, Tagesstruktur zu schaffen. Das, was die meisten Leute sehr herausfordernd finden, ist, was mache ich mit der ganzen Zeit? Die meisten Leute, die erwerbstätig sind, haben ja einen relativ fixen Ablauf. Das heißt, ganz wichtig, Abläufe planen, Zeiten festzulegen. Wann mache ich was? Und ganz wichtig, für jeden Tag ein Highlight. Auf was freue ich mich heute? Was kann ich machen? Wie kann ich auf positive Gedanken kommen? Wie gehe ich als Familie mit den Kindern um in dieser häuslichen Isolation? Das ist sicher eine besondere Challenge. Da ist es zum Ersten wichtig, mal zu akzeptieren, dass speziell kleinere Kinder vielleicht in dieser Zeit sehr anhänglich sind, weil die natürlich merken und beunruhigt sind, dass die Dinge nicht so sind, wie es normal ist. Regeln aufstellen, den Kindern erklären, soweit es halt vom Alter her geht, was läuft im Moment. Und auf der einen Seite gemeinsame Zeiten festlegen. Hier machen wir was gemeinsam, wir spielen gemeinsam, wir essen gemeinsam, wir kochen gemeinsam und auch Rückzugszeiten vereinbaren. Irgendwo hinschreiben, wo man sieht, keine Ahnung, 15 bis 16 Uhr hat jeder die Möglichkeit, egal wie groß oder klein ist, sich in irgendeine Ecke oder im Zimmer zurückzuziehen. Das funktioniert normalerweise ganz gut. Wie gehe ich mit bestimmten Gefühlen um in so einer Situation? Da ist es zum Ersten wichtig, einmal wahrzunehmen. Wir neigen dazu ja im Alltag, solche Dinge zu unterdrücken und uns durch irgendwelche Ablenkungen nicht mit dem Thema beschäftigen zu müssen. Das geht jetzt nicht. Das heißt, das Erste ist wahrnehmen, akzeptieren, ansprechen auch. Wir neigen oft dazu, Dinge wegzudrücken. Und wenn ich mich ärgere, dann das Sagen. Und zwar gleich, zeitnah. Und das am besten immer in sogenannte Ich-Botschaften verpacken. Anstatt zu sagen, du gehst mir auf den Wecker, zu sagen, ich ärgere mich, weil. Oder ich wünsche mir das und das und das. Das sind für den Alltag ganz gute, glaube ich, Kommunikationstools. Und Sie bieten auch eine Art kostenlose Beratung für Berchtolstdorferinnen und Berchtolstdorfer an. Ja, genau. Vielleicht auch ganz allgemein. Es gibt auf der einen Seite vom Berufsverband der österreichischen Psychologen eine Helpline, also vom Böb. Die gibt es immer. Die ist jetzt ausgeweitet. Ist unter der Nummer 01 504 8000 erreichbar. Und auch ich würde mich natürlich sozusagen da für ein erstes kostenloses Gespräch zur Verfügung stellen oder anmelden. Ich bin erreichbar unter der Telefonnummer 0676 49 711 52. Weil sprechen, darüber reden hilft einfach und eine Entlastung oft ganz hilfreich ist, haben wir gemerkt, dass es vor allem, wenn es um negative, in Anführungszeichen negative Emotionen geht, oft sehr hilfreich ist, wenn man sozusagen bei seinen ganzen Ärger, seine Wut, seine Gefühle der Ohnmacht vielleicht auch, die sehr menschlich sind, irgendwo deponieren können an eine neutrale Person und dadurch oft eine Entlastung stattfindet, was wir für sehr wichtig halten, meine Kollegen und ich.